So, nächster Versuch, würde ich mal so sagen. Nächstes Mal haben wir Ashley ja aus Versehen mit erschossen. Eine versteckte Plattform? Ja. Nö, nö, nö. Es geht. Guck mal, die Glotze ein bisschen lauter machen hier. Schießhochspulverus, da können wir uns doch bestimmt noch irgendwas herstellen. Ja, MP-Munition, jo, 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 da gehe ich d'accord mit. Können wir jetzt mal dich laden. Und ab nach oben probieren wir es nochmal, in der Hoffnung, dass Ashley diesmal überlebt. Mach weiter, ich gebe Deckung. Wenn ich mal was treffen würde. Oh, jetzt muss ich auch noch nachladen. Alter, was ist das denn? Ich bitte da rum. Oh, hallo. Warte, ich helfe dir. So. Meine Herren. Lauf. 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 Meine Güte, nee Oh Oh, lauf, 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 lauf Oh Geh weg Lass mich in Ruhe Langsam hab ich genug Frag mich mal Komm schon Du schaffst es Ich muss was basteln Scheiße, ich kann nichts basteln Okay, komm zurück Meine Herren Jetzt wird aber nochmal sowas von abgesaved Meine Herren Gesangsverein Weil nochmal mach ich das nicht Das war ja ekelhaft Aber so richtig, richtig ekelhaft Da würde ich auch mal sagen Unsere ganzen Waffen sind Aber wenn Ein bisschen leer Hey, alles klar bei dir? Ja, danke Bitte Ähm, ja Ich glaub bei der Stelle hatte ich damals auch im Original Hatte ich da auch Probleme gehabt Du hast den Geruch des Kampfs an dir kleben Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner Was soll das denn heißen, du Ich kaufe fast alles Ja, muss ich noch irgendwas verhökern Schlüssel der Ja, ich will den erst noch behalten Also ehrlich, ich reparier lieber mein Messer Stirb mir da draußen nicht weg Keine Angst Ich sterb nicht so schnell Und wenn, dann lade ich einfach neu rein Und Lauf nochmal durch Zumindest haben wir jetzt den Ekelabschnitt Ich hoffe, dass der Ekel Ah, obwohl er kommt noch so Einiges auf uns zu Das ist auch mit eines der längsten Resident Evil Spiele Aber das ist ja auch nicht tragisch Ne, umso länger haben wir Wir hier vorne Ich im Bildschirm Du vor dem Bildschirm Natürlich auch noch eine wunderschöne Zeit Gemeinsam By the way, wie geht's dir? Was hast du in letzter Zeit schönes gemacht? Ausnummer unten in die Kommentare Dass ich Schreibe hier Treffen wäre Treffen ist so eine Moment, bevor ich hier irgendetwas mache Herstellen Kann ich nichts Aber ich habe 9mm Patronen gekriegt Wenens mal ein paar Fünf Die Magnum will ich jetzt nicht Zwingend Äh Dafür ausgehen Sehr schön Pistolenmumpeln Nochmal Pistolenmunition Da können wir hier aber richtig durchladen Aber viele Bolzen haben wir nicht mehr So Oha Garten Eden hier, oder was? Immer aufpassen Immer schön aufpassen Und die Kisten mitnehmen Sehr schön Ein paar P-Cities Ein bisschen hiervon Ein bisschen Oh Wir haben Sniper-Munition Und ich habe es nicht mitgekriegt Warum? Ich bleibe erst mal bei meinen Duel-Cities Oh Gott, hier sieht es auch aus wie so Oder Moncomora MP-Munition Können wir die nochmal Kompliode durchladen Weil das ist Ihr habt es bestimmt schon erkannt Richtig Und Wichtig Okay, warum? Oh, naja Moment Aber Herrschel, wenn es geht Bitte zieh nicht alle Möglichen Gegner an dich Weil das Ist Aber wenn nicht gut Mach auf Nicht husten, aufmachen Danach kannst du husten So lange wie du willst Hey Bist du sicher, dass es dir gut geht? Ja Den Umständen entsprechen würde ich mal so Vermute Da geht's lang Es ist so dunkel Ich glaube, wir sind richtig Alles okay? Glaub schon Halt Statt sich um sie zu sorgen Sorg dich lieber um dich selbst Törichtes Scham Das ist mein Messer Zügle dich, Kind Das ist ein bisschen Das ist ein bisschen Das ist ein bisschen Das ist ein bisschen Alles gut Alles gut Äh, krieg mein Messer wieder Ich hab nur das eine Warte Frauen, ha Leon Shit Hab ich denn jetzt noch wenigstens mein Messer im Inventar? Oh, Kapitelbeine Perfekt Sie ist weg Basis, komm Es gibt ein Problem Wir haben Zuflucht in einer Burg gesucht Aber ich wurde soeben von Baby Eagle getrennt Ich nicht Basis Ich verliere dich Hörst du mich? No one? Nein Please Verdammt So viel dazu Kapitel 8 Ja, äh Ja, gut Mein Messer hab ich noch Ich wollte gerade sagen Das hab ich gerade repariert Wenn die alte Mir das jetzt abzieht Das ist, äh Die sind Fischis Die dienen als Nahrung So Für sowas sind Dies unser Bolzen Seh ich wieder nichts Oh, Forellmascheln L Oh, die können wir doch eigentlich direkt benutzen Oder? Weil voll ist voll Und das ist ein wenig gut Sonst Ist hier nichts Tja, sieht ja schön aus Ja, alles aber Bringt tut uns das nichts 100 Pro Das wird nachher noch wichtig Müssen wir erstmal vor Wut Was kaputt machen Und hier haben wir unseren Händen leer Doch, ach Hör bloß auf Wo soll ich bloß anfangen Bist du gut Ach, da ist Wo soll ich anfangen Minion Mh Komm, eigentlich alles mal durchladen Hast du eigentlich irgendwas Neues für uns So langsam mal Willkommen Hab seltene Ware im Angebot, Fremder Schwarzer Knopf aus Metall Wahrscheinlichkeit Rohstoffe Ach, mein Rücken bringt mich um Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen Ja Das denke ich auch mal Hm, nein Tunen Na, da haben wir noch Lange, lange Schutzweste Schöne, der Träger vollständig Projektiert Ich garantiere dir Du wirst deine Investition nicht bereiten Die Haltbarkeit kann ver... Oh Ich habe nur die... Habe Zeiten, Partner Ja Ja Warum verkaufst du eigentlich nie Munition? Das ist mir ein wenig schleierhaft Boah, ist das dunkel hier drinnen Äh, ich habe keine Ahnung Ich schleich mal Ja, die könnten tot sein Ja, die sind tot Das ist einfach krank Das ist nicht nur krank Das ist, äh, Freedival Ich höre doch hier schon wieder was Ich trau den Leuten hier nicht Ich habe Angst, dass die gleich hier aufstehen Ich habe eigentlich eine Karte Mit welcher, welcher ich das so... Ah, da Dann werde ich da wohl Herr Wengen Rüberspringen müssen Um Gottes Wille Ihr bleibt da, wo ihr seid Kapisch? Oh, äh, Karmesinrote Flamme Stimme der Seuche wohnt in den Flammen Sie führt die bedauernswerten Seelen zur Erlösung Bringt die Karmesinrote Flamme an ihren rechtmäßigen Ort Und du selbst sollst erleuchtet und der Weg offenbart werden Erlösung Es ist einfach schrecklich Und du selbst solltest die Karmes